Wir wissen, dass es bei der Landwirtschaft vor allem um Wachstum geht. Um Aufzucht und Pflege. Sie investieren Zeit und Arbeit, um etwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Und was sie haben, das geben sie an die nächste Generation weiter. Wir wissen auch, dass Wachstum Zeit braucht. Etwas, von dem wir alle gern mehr hätten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehr Zeit für das, was Sie gerne tun. Zusammen mit den Menschen, die Sie lieben. Vernetzen Sie sich. Maximieren Sie die Betriebszeiten Ihrer Maschine. Reduzieren Sie den Kraftstoffverbrauch und den Einsatz von Additiven. Maximieren Sie Ihre Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Maschine und erleben Sie proaktiven Support in Bestform. Mit Connect, Care & Go. Wir helfen Ihnen dabei, sich auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt. inhale. Lieber rotzieren Sie, drehen Sie an Sie auf den Augen.